Auf geht's! Bitte warten! Ach so! Unter mir liegt schon ein Rüstungsteil. Oh! Okay! Oh! Was ist so ein für einer? Moin! Doch, doch! Wenn man anwesend ist. Ach so, okay. Hier kann man die ganzen Einträge sehen. Wer das lesen möchte, kann das gerne machen. Kann auch hier nochmal zeigen. Meinen Lesen ist zwar nicht so gut, sag ich schon voraus. Vielleicht nur dieses Game hier eigentlich zu zocken. Okay. Jetzt wird hier weiter. Oh! Oh! Das könnte interessant werden jetzt. Ist da einer? Au! Mal hier alles durchschnallen. Du bist ANDER! Wie? Nein! Das ist krank! Das ist krank. Was tut das? ich erlaubt noch mehr zu Was sagt denn einer? Der eine war aber ordentlich kassiv gerade. Ölwitz die Sorte. Guck mal noch was zu mitnehmen. Dann haben wir noch mal kleine Munitionen. Ah ok das hat das. Geil. Blutschlag erhalten. Blutschlag im Nahkampfangriff der zusätzlichen Schaden zu verfolgt. Ich glaube ich habe das Vögel zur Blutschlaganszahl. Ist der auch drücke E und Maus auszulösen. Achso. Ah ok. Ohohohoho. Einfach wo bin ich wieder gesehen. Oder mit runter? Leben. Jetzt wird geschnitzelt! Halt sie still! Oh, Kopf abgetrennt, so muss das sein. Weg mit euch! Rune! Rune versteckt deine Fähigkeiten oder aktiv neue Rune. Runeplätze sind begrenzt, also weder die Rune in den Spielstil passt. Okay. Lol. Hm, du fügst Gerunkel schneller aus. Jetzt haben wir noch größere Entfernung. Tempobonus. Na ja. Dürfen wir mal Zeit vor Zeit. Ah, so eine Rune wird bei Todes aufgesungen. Okay. Verdankt die. Sind eigentlich relativ interessante Sachen. Deutlich deine Bewegungskontrolle in der Luft. Auch interessant. Das ist auch interessant. Gegner, die mit einem oder anderen Einfluss der Spezialwaffe töten können, werden die Aufladungszeit versenkt. Das klingt eigentlich interessant. Von Blutschlag, äh, Welle getötet. Gegner hinterlässt Gesundheit. Ich glaub, die werden wir nehmen. Hallo. So. Runen-Austrags-Vertorger. Dieser, äh, Reiter-Rune ist, das ist nicht immer, eine erworbene Runen angezeigt. Dann wusste sie aus, indem du die verfügbaren Plätze entsetzt. So. Findest du mehr Runen, schaltest du mehr Runenplätze frei. Wählst du dann, Wähler-Rune in die du dann spielst du passt. Also, man könnte sowas in drei Runenbildern machen. Arsenal. Da können wir noch keine Verbesserung machen. Da hab ich bis jetzt noch keine gefunden. Herausforderung. Ich bin hier lang. Nach da unten oder was? Wie immer. Wie gewohnt. Tschüss. Wie gewohnt gehen wir jeden Weg in line. Ich glaub, jetzt war's nur noch kein Weg oder? Oh. Machen! Wart mal! Alter, der hält aus, ey. Holy shit, hält der aus. Da ist ja, das ist nicht so unglaublich. Seid ders die Ich muss mich ja noch eins nehmen Au Yo 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 Ja Ja Stopp Ach als ob Hallo Schönen guten Tag Adios Och mal Ja Ich weiß wie der Kaffin hat das zu viel Ja 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 Ich weiß Ich hab da viele Schaden aus. Hatte ich keine Granate mehr. Aber jetzt aber. Tschüss. Tschüss. Ach man. Das ist so. Okay. Oh. Ja. Die Auge. Das ist so. 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 Wow. Was ist das? Oh, fuck. 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 Oh, oh. Oh, fuck. Oh, erst zurück damit! Noch einer weg! Will doch mal, wer hat noch nicht hier oder was? Biss! Na ja, so süß denn, ey! Oh! Nur wenig bis zum Teil! Hier kann man noch was einsammeln! Na, wo ist noch was? Einer trinkt irgendwo noch oben! Oh ja! Oh, Waffenpunkt! Schließt alle Bewegungen in deinem Mission Waffenpunkt ab. Anzeige Dämonische Verbindenheit zeigt die erhaltene Punkte an. Jede Mission vergibt insgesamt 10 Waffenpunkte. Gibt einen Waffenpunkt in der Reiter Arsenal der Tessort Tab aus, um deinen Waffenmodus zu verbessern. Ah, okay. Ja, eigentlich? Dann... Moment mal! Ah ja! Das sind jetzt noch zusätzliche Verbesserungen. Wie geil ist das denn? Ich schneide das nachladen. Mehr Wumms. Ähm... Schießt du 5 Haftbomben ab, bevor der nachladen... Dann können wir hier noch was machen. Schneider aufladen, sofort nachladen. Das klingt interessant. Ey, wie geht das nicht? Das ist gesperrt! Ach man! Nachladezeit um 35%. Ja, ist das. So, dann mach ich hier. Ähm... Was gibt's hier für Verbesserungen? Und sonst... Kann man wohl... Karten nicht immer. Das ist hoher genau... Das ist hoher genau...